Liebe Kinder, Kellner Videodrehtag 2. Wir haben jetzt 20 nach 10. Matthias und ich sind seit ungefähr Viertel von 7 auf der Straße. Wir haben jetzt schon die ersten Szenen abgedreht, den Autofahrt und jetzt Kaffee, weil ohne Kaffee ist gar nichts. Es ist halb 11, der Rest der Band ist hier. Da guckst du mal hallo. Hallo. Genau Flo, ihr müsstest du hier. Aha, das passiert, wenn man zu wenig schlafen kriegt. Ja Hey 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 Mein Name, wir drehen hier gerade einen Bauernhof-Fetisch-Porno. Ich bin die Markt. Ja, wir haben eine Markt. Wir ziehen uns jetzt dann gleich um und dann geht die Party los. Was machst du? Ich bin das Pferd. Wir drehen mir hier gerade das Video zu bei uns an. Und gestern haben wir schon den ganzen Tag gedreht. Da haben wir hauptsächlich die Jungs alle gemacht und heute bin ich dran. So richtig... Und das ist dann auch so zum Schluss mit Oskar und so Zeug. Genau, Verleihung und so. Und so viel jetzt. Viva Music Award 2010. Jetzt schon dir in Dortmund. Genau, schon dir in Dortmund. So viel Mistgabe, wie man tragen kann. Meine Mütze. Und wir kriegen dann alle, wenn wir die Mützen hernehmen in dem Video, dann kriegen wir alle einen Rasenmäher Bulldog. Und das werden sie dann im nächsten Video sehen. Und Schnee fräsen. Wenn wir da dann das Cannonballrennen durch ganz Europa auf die Rasenmäher Bulldogs machen. Hoffentlich. Toi, toi, toi. Bis dann! Tschüss! Bistlig aus? Untertitelung des ZDF für funk, 2017